Jetzt ist es wohl wirklich offiziell. Hannah Weick und Giovanni Ancelini knutschen, was das Zeug hält. Damit sollten auch die letzten Zweifel, ob die beiden ein Paar sind, beseitigt sein. Seit geraumer Zeit wird spekuliert, was zwischen der Ex von GZSZ-Star Jörn Stöhn folgt und dem italienischen Arzt läuft. Jetzt zeigen sie sich im Liebesurlaub auf Sardinien knutschend und total verliebt auf Instagram. Erst im Oktober 2022 verkünden die 27-Jährige und GZSZ-Star Jörn nach knapp vier Jahren Ehe und einem gemeinsamen Kind das Aus ihrer Beziehung. Ein Schock für alle Fans. Doch schon hier brodelt die Gerüchteküche. Giovanni Ancelini, der Ex von Moderatorin Michelle Hunziker, wird schon damals in Verbindung mit der Trennung der beiden gebracht. Kein Jahr später sind der Schönheitschirurg aus Mailand und Hannah nun mit diesem Post offiziell ein Paar. Die heißen Blicke und innigen Küsse zeigen, sie sind über beide Ohren verliebt.